Hey Lisa, wie geht's? Mir geht es gut. Und dir? Auch gut. Wie läuft dein Studio? Es läuft ganz gut. Aber es ist sehr anspruchsvoll. Es muss viel lernen. Ich verstehe. Ich habe auch viel zu tun. Wie war dein Wochenende? Mein Wochenende war sehr entspannt. Ich habe auch eine neue Serie auf Netflix gesehen. Und habe sie dann ganze Wochenende geschaut. Wie war dein Wochenende? Mein Wochenende war auch schön. Ich bin mit ein paar Freunden in die Stadt gegangen. Und wir haben auch einen Film gesehen. Das klinght toll. Welcher Film habt ihr gesehen? Wir haben Spiderman, Spiderman, Spiderman gesehen. Ja, und der war wirklich gut. Wirklich. Das ist lustig. Ich bin mit ein bisschen großartig. Es ist lustig. Ja, ich bin mit ein paar Freunden in die Stadt gegangen. Ich bin mit ein paar Freunden. Und ich bin mit ein paar Freunden. Ich bin mit ein paar Freunden. Ich bin mit ein paar Freunden. Ich habe gehört, der Film ist sehr gut. Was denkst du daran? Ja, das klingt gut. Lass uns das nächste Woche planen. Ja? Super! Ich freue mich darauf.